Ich teile diese Schwierigkeiten mit dir, weil allein jetzt, wie du angefangen hast, davon zu erzählen, ist mir auch wieder eingefallen, also eigentlich hätte ich Mentoring immer so verstanden, dass das in der Firma passiert, also dass da irgendjemanden gibt, der vielleicht, ich glaube nicht, dass es so ganz gescheit ist, wenn es direkt ein Vorgesetzter ist, aber vielleicht kann das auch ein Teil der Rolle des Vorgesetzten sein, aber zumindest, dass es da irgendjemanden gibt, der vielleicht in einer anderen Abteilung ist und der, wie auch immer, der auf dich aufmerksam geworden ist oder du auf ihn aufmerksam geworden bist. Und wo man dann irgendwie sagen kann, naja, der war irgendwie oder ist mein Mentor, weil wenn ich irgendwie, nennen wir es mal, strategische Fragen habe oder Entscheidungsthemen, wie soll ich denn tun, dann kann ich da zum Beispiel hingehen und das Gespräch suchen und dann erarbeiten wir das gemeinsam oder so. Und ich glaube, da ist ja ein wichtiger Anteil schon, eben dieses, wir arbeiten in derselben Firma und sind halt nur in, wahrscheinlich getrennt zum Beispiel durch Alter oder durch Erfahrung oder über die Position zum Beispiel. Und wie du gesagt hast, jetzt in diesem Mentoring-Programm, wo ich jetzt frisch dabei bin, ist es eigentlich ja ganz anders, weil per Definition dort, nennen wir es mal, wildfremde Menschen miteinander kombiniert werden, die sich dann so finden auf diese Art und Weise. Und die natürlich nicht in derselben Firma dann arbeiten. Das ist jetzt natürlich die Frage, wenn man das jetzt dann nicht, also kann man das jetzt als elementaren Faktor von Mentoring bezeichnen, dass man in derselben Firma arbeitet. Ich schätze mal nicht.